Herzlich Willkommen hier zurück zum Power League 2 in der 16. Runde, wo es jetzt den Endspurt ja schon hingeht. Ja, Chicago Fire mit dem Fahrgamer. Grüß dich. Gegen Paris mit mir. Ja, bei Chicago Fire gibt es schon einen bestätigten Transfer. Weiß wir es noch nicht erwähnt haben, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen, wer was er erwähnt hat oder was nicht. King von Burnmouth wird zu Chicago Fire wechseln. King. Man wollte ein bisschen Verstärkung im zentralen Offensiv im Mittelfeld, man suchte einen Mittelstürmer. Oh, schön. Oh, schön. Oh, auch schön. Herr Warris, dem das letzte Spiel gegen Lincoln City ein bisschen eins auf den Deckel bekommt. Die brauchen natürlich Punkte, um hier mitzuspielen. Oben, um den Aufstieg. Oh, schön. Oh. Ja, Chicago Fire steht vier Punkte vom neunten und fünf Punkte vom letzten entfernt. Ja, die haben sich jetzt gefangen, kann man sagen, ein bisschen. Ein bisschen. Padel ist super. Ja. Ja, ein bisschen ein ziemliches Gestöcher, ey. Oh, schön. Oh, richtig. Super, gut. Das war eine getimete Gräche. Wunderwecker-Provorgang ist. Oh. Läuft. Ja, schon ein paar lustige Sachen gesehen, kann man sagen jetzt. Ja, auch gemütlich seine Bonk. Oh, schade. Ja. 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 Ja, zählt. Ich habe jetzt noch abgewartet, ob das nicht vielleicht doch abseits war. Ja. Der Kollege von Paris sagt nichts dazu. Nein, aber was soll ich noch zu sagen, jetzt ist mir gerade das erste Dio, da etwas ist so oft geht, obseits weiß kein's. Was ist denn über das denn läuft? Weiß für mich. Da lacht mich aus. Glaub er das? Ich habe dich nicht ausgelacht. Ich habe nur lustig gefunden, die Moderation des Geschehens. Ich finde es, das war so lustig, dass Paris wieder eine Dio. Na lustig nicht, aber notwendig. War ja nämlich Chicago Firewil, ein bisschen weg von da unten. Oh. Noch weiter. Weil ich will nämlich, dass die oben bleiben in der zweiten Liga. Wenn's glaubst. Weil mit denen spiele ich vom Feeling her gut. Nicht so wie mit Nimbolen. Kleine Tanzeanlage auf der Seite unten. Kleine Tanzeanlage auf der Seite unten. Hm. Oh, da kommt schon noch... ...schöne Marmelone. Oh. Boah. 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 Schweinsteiger. Na auch nichts. Alter. Kannst schon meinen Kopf nehmen. Boah. Oh. Boah. Schönen Tag. Das wollte ich. Ah, der Kai Ren! Den hab ich heute in der Kronenzeitung gelesen, dass der Bass kommt. Ich hab ihn schon gelesen, Platz stehen und die Pass auf Außenpartnern. So berechnend bin ich. Ja, aber komm, das war jetzt der offensichtlichste Pass. Du bleibst stehen, wartest, bis der losrennt. Dein Spieler hat es nicht gleich gewusst, dass er losrennen muss. Ja, Laufschlampe. Das war super jetzt. Ja Leute, ich glaube, es gibt kein einziges FIFA, wo endlich einmal nichts ist. Ich sag dazu nichts. Ja. Schön. Das heißt, kein einziges FIFA, wo ich nichts esse. Das ist wie in dieser Folge essen. Nein, in dieser Folge nicht. Alter, was wird das denn? Aber... ... ... ... ... ... ... ... Bist du, das bedeutet ja, das wäre ein neuer Deutsch. Was ist so was bei uns? Oh mein Gott! Alter! Statt dass er ihn raushaut! Was denn auf die Gauschen gefällt es da jetzt? Was denn auf die Gauschen gefällt es da jetzt? Alter, ich sehe. Du kannst doch stürmen. Du kannst doch stürmen. Ja, was ist los mit Paris? Das stimmt. Wie soll ich dazu noch sagen? Oh! Oh! Das ist geklärt. Oh! Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh! Oh, schön. Ja, schön. Knapp dran noch, aber... mit dem Blut drinnen. Nr. Ui, da ist jetzt viel auf von hinten. Ah, das war nur ein Spaß. Mein Stuhl. Schön, das ist. So, Edwards geht. Oh. 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 Oh, Alter. Da ist Gott sei Dank einer der Kopfballstärkeren dran. Oh, ja da. Der ist jetzt wirklich gerutscht gekommen. Oh, ja da will vielleicht wieder hingehen. Oh. Hi. Nomen Cianari. Oh. Oh. Der ist verliert zum zweiten Mal jetzt in Folge. Und wieder eigentlich durch eine Mannschaft die eher und Magischirurg ist. Ja. Ich glaube, wir feiern jetzt dieses Endgötig fix. Sportfreunde Lotte oder Pogenstedt steigen ab. Wie werden sich das ausmachen? Puh. Wichtiger Sieg also. Den wir hier nicht sehen. Aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's das gut. Ciao. Ciao. Ciao.